so wir wollten jetzt gucken was hinter dem ratenkönig noch ist das heißt da zu dem da und sobald wir jetzt durch das gebiet gehen wo eigentlich vor die nebelwand stand dürften wir nicht mehr aus versehen leute angreifen das könnte mich jetzt noch passieren jetzt nicht mehr sehr gut die ratten statuen hurra für pyromancy oh stimmt das wollten wir noch bei zeiten mal ausbauen bei dieser ganzen ratten horde ist bestimmt schick wenn man irgend so einen flächen zauber hat wir haben ja momentan nur single target zeug ja okay und die schrotflinte aber komisch hallo skelett wir sind ein lock stone sehr schön wir sind jetzt übrigens wieder in dem kreis wo man reinkommt wenn man das gebiet betritt man kommt dann von da tänzelt denn hier einmal rum kämpft entweder gegen andere spieler oder ratten und geht dann da weiter so wir müssen jetzt hier auf verschiedene särge springen zack hier würde ich sagen okay okay dann dann vielleicht hätte ich vorher die seelen ausgeben sollen da haben wir den ring an warte equipment crescent red red ding weg fall schaden ring an nur für den fall dass ich daneben springen damit etwas glück dadurch überlebe weil das sieht auch schon unangenehm aus das ist unser nächster sprung würde ich sagen da in den mittleren bereich ja da unten ist ein glitzerechsen ding ok guck mal hat geklappt wie kriegt das glitzerechsen den jetzt am besten das kann ich nicht von hier oben aus sehen da geht es nicht weiter da hinten ist gut ich glaube wenn wir jetzt schon direkt über lang laufen könnte das schon akron quasi und weg laufen blieb stone was macht denn ein blitz dort und wie sieht das aus token of fidelity red tail sie hier für mich nicht so viel neues schon gar kein blitz da und das ist eine waffe rüstung komisch ah bleed stone sorgt dafür dass waffen halb blutung verursachen fire drag titanite wird langsam was dann brauchen wir fast gar nicht was steht hier versuche backstabbing bei dem kleinen vieh da unten ich weiß ja nicht ich kann es tag genau wenn ich jetzt zauber dann falle ich erstmal runter und ich treffe ihn nicht so in die brücke also wer der plan ich targete ihn falle runter und zauber aber ich krieg die loot nicht nein okay schritt für schritt erstmal loot hier oben machen try range battle oh da sind auch noch viecher ja ja gut aber wie gesagt schritt oh schritt für schritt an den loot kommen wir nicht ran an die kiste kommen wir nicht ran außer ich versuche da zu springen hätte ich wahrscheinlich von oben irgendwie runter springen müssen oder sieht nicht so aus also ist wohl springen das mittel der wahl ich will aber vorher dem tipp hier nachgehen und das mit einem range battle machen so wie er das hier auch mal mit dem bogen nur sind wir toller als bogen schütze wir können sowas machen gebläuern gebläuern bogen schütze wird wahrscheinlich treffen gebläuern kann schauen ja sehr gut da ist noch hey nicht weggehen Arschloch also nein eigentlich sehr intelligentes untotes Wesen aber so war das nicht gelernt ach jetzt kommst du oh Moment mal warum kommen die jetzt alle raus äh nicht gut kaputt einer ist jetzt irgendwo unter uns ähm okay wir müssen später nochmal runterfallen erstmal hätte ich gerne den loot von hier wäre schade wenn er verschwindet das wäre richtig schade zwei titanite shards ein large titanite shards und ein dark night stone der wird wohl dunkel heiter beiführen warum kann ich den nicht targeten ah kaputt kaputt und das ist eventuell overkill was ich betreibe vielleicht könnte ich es auch mit einem kleinen schon machen testen wir mal du du ja kleiner hätte auch gereicht aber okay wir könnten eh gleich mit dem oh loot butterfly ist ja schön wir könnten eh gleich ein rückrufknochen benutzen um an die kiste und den anderen loot ranzukommen sonst vergesse ich das später noch ich gucke mal nur ganz kurz hier was noch so in der ecke ist genau wie hier zum beispiel noch loot eine heilung niemals aufgeben heilzauber für uns uninteressant weil wunder und da geht es dann wohl regulär weiter was steht denn hier noch so alles ring wird benötigt voraus das ist schon mal nicht gut jog ach so also als nahe kämpfer muss man wahrscheinlich vor denen weglaufen na gut dieser ort schon wieder ja und es gibt auch keinen weg wieder zurück jemand ist hier gestorben der ort kommt talana natürlich nicht bekannt vor außer gyrogons seele aus dark souls 1 ist in talana wieder geboren wo es ja auch ein interessantes konzept wäre was man sogar echt übernehmen könnte der tobt sich jetzt endlich mal aus und macht die sachen die er als paladin nicht durfte und er hat brüste mhm ach ja also talana kennt das gebiet nicht aber wir dürften das wieder erkennen jedenfalls diejenigen unter euch die dark souls 1 mit mir zu ende gespielt haben und das war nervig obwohl es ging eigentlich es gab nervigere gebiete lebens stein ja ich hätte gern ein leuchtfeuer hier unten damit ich schnell nach hause kann über leitern über abzweigern was steht denn hier alles gutes nicht aufgeben ich kann es nicht ertragen ja ja es sind hier unten vier die wir wegsnipern könnten ne ich glaube nicht kommt man denn da ran tight spot ja tight spots finden wir immer wieder das sind einfach nur stellen wo man sich verkeilen kann oder wo dicke spieler nicht durchkommen so der text zumindest dann tausende nachricht auf open token of spite das sind glaube ich die dinger die man bekommt wenn man im pvp angreift genau also was wir bisher gemacht haben ist wir haben anderen spielern geholfen indem wir den weißen speckstein benutzt haben wir wurden herbeigerufen haben den geholfen boss zu töten da bekommen wir die fidelity steine ähm dann haben wir auch andere spieler besiegt und wurden von anderen spielern besiegt aber nur in diesem rod red covenant da bekommt man diese red tails für das hier ist nochmal was anderes die dinger bekommt man wenn man wirklich in spieler aktiv angreift also nicht ein gebiet verteidigt wie das vom rattenkönig sondern wirklich irgendwo es geht in mehreren gebieten irgendwo in spieler angreift vision von gift ja das ist wahr aber das dauert noch ein bisschen the gutter ah das ist oh die spucken ja doch schon das kommt erst später und einmal spucken hat fast die komplette leiste voll gemacht das könnte als magier richtig garstig werden egal welche statue von euch das war alle kaputt da ist ein blutstropfen und es war die hinter uns da unten ist ein leuchtfeuer oder ne nur ein feuer und irgendein untote der die arme hochhebt und uns huldigt das ist ok kann ja mit leben da geht es wahrscheinlich einfach nur tot runter was zur hölle ist das ach das ist eine von den alten säulen die ein bisschen verschönert wurde mit bison skeletten ok komische ecke hier ich will einfach nur ein leuchtfeuer das da sieht instabil aus oh da hinten ist ein loot leuchtend aber ne 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 nicht ablenken lassen hier geht es weg mit dir weg mit dir hier geht es schon mal weiter weg und an den wänden läuft wasser raus was ziemlich abgefahren ist was aussieht der effekt sieht so aus wenn die ganze wand sich bewegen würde nicht nur das wasser schrift schrift was zum teufel soll ich hier da ist ein leuchtfeuer aber ich komme hier nicht wieder hoch ne nicht schön das heißt ich muss da drüben rauf springen ins nichts quasi ah talana stopp 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 denk erstmal nach ist hier vielleicht ein secret gut nein in die richtung ist die säule und ganz tiefer weg runter da hinten wo das licht brennt kommen wir nicht hin da kommen wir nicht wieder rauf in die richtung ist eben ah doch da hinten ist was von hier aus könnten wir schon zum leuchtfeuer die ironimo ja sehr gut benutzen weg hier so was von weg hier travel majula gib ihm also gullet ähnlich dunkel wie das gerade mal der riesen in dark souls 1 und so noch so ein bisschen reingemischt mit shan statt das ist das ist einfach nur garstig das gebiet hätten gerne ja 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 wir hätten gerne ein level up und zwar zwei stück können wir uns leisten was hätten wir denn gerne zweimal attunement wäre nochmal mehr casting speed mehr int wäre nur zwei mehr magie bonus und sonst nicht viel äh ärgerlich vigor brauche ich nicht ja komm so 2000 seelen über hast du was neues für uns das hatten wir schon nein 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 oh wo ich den ferros stein da gerade sehr im inventar also die null zu kaufen in ferros steine wir haben immer noch einen stein den wir setzen müssen und zwar bei dem gefängnis ich glaube da gehe ich gleich als nächstes hin sonst vergesse ich das echt noch also das kommt ja doch ab und an vor hallo kaufen und Talana hat Visionen davon dass wir hier Dinge kaufen sollten damit er vielleicht irgendwann was neues im Sortiment hat also kaufen wir ihm das da ab und das da ab und sind wir pleite so fertig kriegt er ja was neues jetzt wo er 2600 seelen gemacht hat äh Katze ignorieren wir und hier sind die gleichen doofen Statuen ja okay also zurück nicht in Skullet sondern zu Bastille und da muss ich jetzt die Stelle wiederfinden wo die König-Gerogon-Statuen stehen Travel da das hier war die Ecke wo man alternativ zur Bastille kam also wir sind ja den Weg gegangen über den Greifen beim Pursuer also beim Verfolger den Typen der fliegen kann mit dem Schwert und mit Zilonen Augen das ist der Pursuer über seinen Greifen sind wir dann hierher gekommen oder sein Adler was auch immer das ist das Fliege wie ich sind wir auf dem normalen Wege für mich zumindest in die Basile gekommen und das hier ist der andere Weg und ich glaube hier irgendwo beim anderen Weg hier über den Fahrstuhl genau hier irgendwo waren die Statuen und da bei den Statuen war die Einbruchton für die Lockstone und da müssen wir hin zu nehmen oder 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 die oder oder die